Yo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Road2Glove Unboxings. Heute haben wir schon die 21. Folge und ich habe hier wieder 10 Klatschkisten am Start. Letzte Folge war ja eine Special Folge, da habe ich 20 Stück aufgehebelt und hatte da auch eher Lack, aber ich habe nicht das bekommen, worum es hier eigentlich geht, und zwar die Handschuhe. Deswegen geht es hier jetzt weiter wie sonst auch immer. Also ich habe hier jetzt wieder den Counter unten links, den werde ich glaube ich in Zukunft auch so lassen, damit halt jeder weiß, wie viele Kisten ich schon aufgehebelt habe, beziehungsweise damit ich am Schluss dann auch weiß, wie viele Kisten habe ich gebraucht, um endlich die Handschuhe zu bekommen. Jetzt sind wir ja bei 210 Stück schon, und das wäre jetzt die 211. Ähm, am Ende des Videos gibt es dann auch wieder ein Giveaway, also das monatliche Giveaway, April wäre es ja diesmal. Und wir bekommen wie immer auch den Blue-Street. Nice. Also ich frage mich, wie lange wird es noch dauern, bis ich die Handschuhe bekomme, weil sind mindestens 212 Kisten, und da bekomme ich sogar jetzt ein Purple Skin. Also bei der Road2 Knife Unboxing Serie war ich definitiv, also hatte ich definitiv mehr Lack. Habe ich in der 132. Kiste, glaube ich, das ein Knife gehabt. Das war auch kein schlechtes Level, also ein Hans-Man-Marvel-Fade in Fact Renew. Kann ich das schon mal können. Und falls es den einen schon aufgefallen ist, ich habe schon den nächsten Uprank bekommen. Das Video dazu wird dann am Mittwoch, glaube ich, kommen, aber das ist kein, ähm, ja eher mehr so ein Tilted Uprank. Das war ein Aids-Game. Aber es ist trotzdem ein Uprank. So. Habe ich gar nicht geguckt, dass ich... Oh, ne, viel. Dass ich vorhin gezogen habe, aber ich glaube, das war auch wieder nur blau. Das war auch wieder nur blau. Puh. Gut, 5 Kisten hätten wir schon wieder... Es ist, ich weiß nicht, also momentan habe ich generell gar keinen Lack mehr über die Kisten. Nr. Die Moon rest könnte doch noch schön in einem Runder anderen Euro wie 14, je nach condition. Aber da kann ich bloß Kinder, das ist alles Aids. Wirb DSG Allure. So richtig krank. Der ist sogar ein Statement, wenn, glaube ich, nichts wird. ich reibe es mal die handschuhe und hoffe auf das beste und dann kommt wieder das schlechteste aus der ganzen kiste die pp beißen pp niner und dann ist es auch schon die letzte kiste gegeben was ist denn da nur los ich meine jetzt habe ich in den matchmaking luck aber jetzt hier in den kisten gar nichts ich hab halt sage ich mal keine hirn kinder als teammates nur korrekte tut mit denen man auch gut spielen kann okay das war so mit den kisten war jetzt nothing special also selbe wie immer und zum giveaway jetzt so haben wir dann ins kind also ich will die wunderschöne die usbs cortex und viel testet geht jetzt momentan für 12 euro glaube ich weg eigentlich hatte ich ja geplant gehabt dass ich ein anderes kind wobei man kann es ja gar nicht was kind nennen dass ich was sagen wir was richtig krasses für die aber nachdem ich mir jetzt sagen wir dieses monaten das auto gekauft habe habe ich jetzt schon das ist für das monat genug geld ausgegeben und so mache ich das erst nächstes monat also seid gespannt für das hier wie nächstes monat es kommt schon an das level von c squad wenn es kalender hin von was ich halt in dezember mache aber für sie ist also für diesen monat dieses ist ist es jetzt die usbs cortex ich glaube ich kann mich nicht mehr konzentrieren ich bin hungrig es ist halb drei ich habe heute noch das gegessen daumen nach oben da lassen aber nennt man das kanal sein und ein kommentar solltet ihr auch da lassen und dann wird werde ich ein renner ist mit dem kommentar wieder kommentar wenn es ist nicht mit spämen also jedes ihr könnt mehr kommentare schreiben aber es wird trotzdem als 1 gewertet so dann habe ich glaube ich alles erwähnt außer was ich immer vergessen wie lange läuft das giveaway ich weiß selber jetzt nicht wie lange das hier läuft ich sag mal jetzt zwei wochen ist halt so standard ich habe es nicht im kalender geguckt wann egal heute ist samstag heute in zwei wochen beziehungsweise das video kommt sonntag kommen heute in zwei wochen am sonntag kommt dann die auflöse so ja und dann war es dann auch wieder mit dem video am über dauer nach oben würde ich mich trotzdem freuen auch wenn ihr bei dem giveaway nicht mitmacht abonniert mich falls ihr mich noch nicht abonniert habt und vergesst ich die glocke zum aktivieren dann werdet ihr auch immer benachrichtigt und auch dann wenn wieder ein giveaway kommt und sonst sage ich nur noch und bis zum nächsten mal euer alex bis zum nächsten Mal 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 bis zum nächsten Mal